ich drücke meine maustaste ich vergesse das jedes mal dass ich gar nicht stellen dass ich gedrückt halten kann naja ouch da habe ich jetzt nicht drauf gehört naja oder ich renne immer dran vorbei wenn ich angreifen will eins von beiden passiert immer schaden gegen eine nähe schaden gegen freundlich betäubt naja machen wir erstmal ja schmal weg waren sie tot eine unserer neuen schwestern seht genau hin überall blut aber nur ein stück ein schneller und sie haben ihre überreste den wachs vorgeworfen nicht schön aber damit haben sie ihre spuren verwischt klug ich gehöre und weiter hallo ich brauche mehr zeit ok weg waren sie immer besser wenn man eigentlich alle trifft ne ach so da war glaube ich noch einer oder weil die da noch rum stand naja tschüss 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 war ich hier oben nicht schon tschüss 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 ouch tschüss 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 Das ist der Beta. Ich glaube, die habe ich da auch schon gemacht. Und Scott wurde getötet von Spinnen. Okay. Na gut, weiter geht's. Da war ich eben schon drin. Weil ich dran vorbeigelaufen bin. Vielleicht ich mir einfach rein da. Okay, vielleicht sollte ich die Attacke einsetzen, wenn ich hier in den Gegner drinstehe. Vielleicht. So. Na gut. Ist da, ne? Ich brauche mehr Zeit. Hm, du brauchst immer mehr Zeit. Wot, ne, wir sind jetzt ja gleich weg. Zum Beispiel so. Ja. Verschlossen. Hm. Ist halt aber wirklich... Verschlossen. Äh. Flisternder Schlüssel. So wie bei dem anderen. Was soll ich denn da bekommen? 20er. Joa. Ja, joa. Ein Hort der Wärme in mündelichen Reigen. Die Natur wird der geduldigen Gnade zeigen. Okay. Hier rein, ne? Okay, rein da. Die, 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 die. Oder auch nicht rein hier. Aber egal. Einfach machen. Nee, bist du noch nicht. Dafür hast du dich aber schon erledigt. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht rein. Ich bin noch nicht rein. So. Du gehst auch mir auf den Sack. Okay. Da war noch mehr. Hm. Wie gesagt, das klappt schon ganz gut. Ist noch eine. Ich glaube, hier war ich auch schon drin. In der Beta. Ist alles nur Schrott. Irgendwie. Tschüss. Hm. 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 ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit und dort nice das war ein bisschen zu viel mit einmal die 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 füße stecken kann man die dinge eigentlich gar nicht wirklich ich bin noch nicht bereit 3df ich kam da nicht mehr weg muss aufpassen ich musste halt echt aufpassen ich brauche mehr zeit ouch diese eis dinge ne sind nervig ok wenn du halt richtig dann klappt das schon mal nicht mehr ich bin noch nicht mehr ich bin noch nicht mehr Ich bin noch nicht bereit. Hm. Hät mich fast wieder erledigt. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Die sind halt echt nicht einfach. Zumindest so. Ich brauche mehr Zeit. Ja, ja. Ich bin noch nicht bereit. So, der ist weg. Hm, 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 hm. Ich brauche mehr Zeit. Okay, geschafft. Iiuiui. Jetzt habe ich es gerne gekriegt. Ist auch alles nicht gut, ne? 14 Stück verbleiben noch. Ich glaube, das wird nicht einfacher. Hallo. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin noch nicht bereit. Hm. Ich bin noch nicht bereit. ich brauche mehr zeit ja ich weiß du streichst auch immer gerne rum nie ja 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 so viel stück verbleiben hallo ich kann nicht so machen ui ganz viel kohle rum ich brauche mehr zeit ich brauche mehr zeit jetzt aber ok hab ihn fehlt nur noch der eine hier eine tür wurde entriegelt das problem ist ich hab keine eldränke mehr sagt sagt er und kriegt eins hm 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 ich brauche mehr zeit ich bin noch nicht bereit hm 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 Nee, ihr nervt. Jetzt habe ich ihn aber erledigt. Ein Sophia. Okay. Nehmen wir die noch. Ich brauche mehr Zeit. Ich weiß. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Oder habe ich jetzt... Nee, da war noch einer. Und da noch einer. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Okay. Ich brauche mehr Zeit. 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 Ich habe keine Energie mehr. Ich weiß. Brauchst du noch nicht wiederholen. Okay, verfluchtet Ruhe. Dann machen wir erstmal das hier. Ach guck mal hier sind noch mehr Gegner. Ich brauche mehr Zeit. Die brauchst du immer. Der Meister der Taktik. Okay. Ihr seid ein Heiliger. Wie viel... Denke die eigentlich anverloppen? Sag mal damit. Bewegungsgeschwindigkeit. Wir schenken Gift. Ich bin noch nicht bereit. Hallo. Was für? Ich war schon weg. Hallo. Ich glaube, die waren weg. Da ist gar nichts. No. Da ist nichts. Hallo. Ich bin noch nicht bereit. Hm. Klar. Hier renne ich da rein, um Schaden zu kriegen. Und der springt natürlich zurück, dass ich ihn nicht mit in den Tod reißen kann. Hm, naja. Was für ein Schlüssel? Ein schmieriger Schlüssel, okay. Ein Rang für Rauchgranate. Das nutze ich nur nicht. Das nutze ich nur nicht. Machen wir mal so. Ui, jetzt kommen wieder solche. Ich brauche mehr Zeit, eine Energie mehr. Ja, ständig keine Energie mehr. Aber wie will ich drauf kloppen? Mein Platz hält wirklich immer weniger. Naja. Ja. 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 Das war ne Falle, das war ne dumme Falle. Und schon wieder. Ja. 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 Diese schrecklichen Fallen ey. Junge Junge. Vor allem ich nehme immer so viel Schaden anstatt dass ich erstmal reparieren gehe. Aha. Vor allem, ich seh die Fallen doch. Die da. Aber beim Kampfgetümmel achtest du auch gar nicht drauf, so wirklich. Zumindest seh ich nicht. Was ist das eigentlich für eine? Schaden gegen verwundene Ziele. Ich weiß gar nicht, ob man die wieder rausnehmen kann. Klar, platzt doch mal. Äh. Voll. Hab ich nicht drauf geachtet. Da hab ich nicht drauf geachtet. Oh, yay. Ich glaub ich komm zum Boss hier, ne? Irgendwo noch. So, hier. Gar nix. Tschüss. Dann rennt er mich einfach um. Ich glaub's ja nicht. Hm. Hallo. Hm. Klar. Immer diese mit ihrer Erdfähigkeit, ne? Oh, Level 20. Nice. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Ja. Hm. Was haben wir da? Ups. Naja. Schon. Äh. Für Fertigkeit ist... Oh, da gibt's Infusionen. Und ist das, das und das. Oh, man. Tja. Tschüss. Die waren weg Der wollte mich auch gerade wieder platten trennen Nein Oh, jetzt bin ich wieder vereist Ich brauche mehr Zeit Ich habe kaum noch Energie Okay, weg mit dir Dann kommen natürlich gleich nochmal Gegner Das Problem ist halt wirklich immer diese ganze Energie Irgendwo sonst wo lang Na, ich laufe erst mal hier lang Deine Taschen sind voll Was? Deine Taschen sind voll? Warum? Warum sind deine Taschen voll? Guck mal Halt der Rums Okay Ich muss die hier erstmal weg, ne? Erstmal die ganzen Sachen So, erstmal alles was ich nicht brauche Verkaufen Beziehungsweise auseinandernehmen Ich kann die bringen 2000 Die bringen 700 Okay Kann ich euch helfen? Hm Das sagt man eben Noch etwas Ich brauche Okay, das hat Wo schaden mehr Für letzte Gegner Hm Hm Guter Tausch Hm Ich muss ausgucken. Na geht er. Oh doch, ich verkaufe das. Kritische Trefferchance. Ich weiß, er mir das erst mal. Äh, Amethyst, Schattenwiderstand, mhm. Didi-di-di-di-di-di. Ach nee, ich wurde nach oben, ne? Nicht da. Ich wollte auch erst mal reparieren. Das hier ist jede Münze wert. 4.000. Ich glaube, warum nicht.